Halt, Stopp! Kommen Sie mir nicht zu nahe. Das wird unscharf. So ist schon viel besser. Es kommt immer auf die richtige Distanz an. Im wirklichen Leben, sowohl als auch bei Ihrer Schneidanlage. Der Abstand zwischen der Brennerdüse und dem Werkstück ist extrem wichtig für eine gute Schnittqualität. Dafür brauchen Sie eine sehr gute Höhensteuerung. Das erhöht die Qualität und reduziert die Kosten für Verschleißteile. Sehen Sie, das geht doch. Das ist der richtige Abstand. Vor allem mit unseren IHT-Systemen. Fragen Sie mich. Ich verstehe, was Sie brauchen. Ihr Kurt Nachbargauer